Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5900 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Hör mir jetzt gut zu. Das darfst du auf keinen Fall noch einmal tun. Hast du mich verstanden? Hör mir jetzt gut zu. Das darfst du auf keinen Fall noch einmal tun. Hast du mich verstanden? Hör mir jetzt gut zu. Das darfst du auf keinen Fall noch einmal tun. Hast du mich verstanden? Friedrich schneidet keramische Fliesen mit einem manuellen Fliesenschneider. Friedrich schneidet keramische Fliesen mit einem manuellen Fliesenschneider. Friedrich schneidet keramische Fliesen mit einem manuellen Fliesenschneider. Musik ist mein Leben. Ich singe schon seit vielen Jahren. Musik ist mein Leben. Ich singe schon seit vielen Jahren. Musik ist mein Leben. Ich singe schon seit vielen Jahren. Hast du das schon gesehen? Es könnte dir gefallen. Hast du das schon gesehen? Es könnte dir gefallen. Hast du das schon gesehen? Es könnte dir gefallen. Schauen wir in die Kalender. Es muss einen Termin geben, an dem wir alle drei Zeit haben. Schauen wir in die Kalender. Es muss einen Termin geben, an dem wir alle drei Zeit haben. Schauen wir in die Kalender. Es muss einen Termin geben, an dem wir alle drei Zeit haben. Während die anderen noch diskutieren, löse ich das Problem mal eben am Laptop. Der Reiz des Sports ist mein Interesse an der Entwicklung körperlicher und geistiger Stärke. Der Reiz des Sports ist mein Interesse an der Entwicklung körperlicher und geistiger Stärke. Lass uns etwas Zahnpasta auf deine Zahnbürste geben. Dann putzen wir uns gemeinsam die Zähne. Lass uns etwas Zahnpasta auf deine Zahnbürste geben. Dann putzen wir uns gemeinsam die Zähne. Lass uns etwas Zahnpasta auf deine Zahnbürste geben. Dann putzen wir uns gemeinsam die Zähne. Hier bekommt man die beste Pflege. Ich kann diese Seniorenresidenz nur weiterempfehlen. Jeder kann hier seine Meinung frei äußern. Jeder kann hier seine Meinung frei äußern. Jeder kann hier seine Meinung frei äußern. Es gibt keine Denkverbote. Alles ist möglich. Zahnpasta auf deine Zahnbürste geben. Zahnpasta auf deine Zahnbürste geben.